freunde noch mal willkommen ja ich esse auch mal was sei mir gegönnt bevor ich ein vergleichsprodukt wieder mache werde ich demnächst ein unboxing des galaxy 22 5g machen ich weiß viele von euch jammern wieder weil ich ein bisschen spare und mir etwas hole es hat aber nichts mit einer sucht zu tun es hat wie gesagt nur damit zu tun dass ich seit meinem 16 lebensjahr technik begeistert bin und ja ich hole es mir und nehme es auch als deli driver und ich freue mich wie gesagt so 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 ein bericht habe ich ja schon mal geschrieben und wenn ich das handy dann habe kommt natürlich ein video dazu und wie gesagt ich bin kein suchti oder dergleichen ich bin ein mensch der seit seinem 16 lebensjahr an technik interessiert ist und ich kenne mich mit technik eigentlich gut aus also wenn es um geräte geht ja ich schaue vor immer die unboxing videos von anderen youtuber an und wenn mir was gefällt dann spar ich eine zeit lang und ich hol es mir einfach da darf mir niemand einen strick daraus drehen weil es einfach die technik ist einfach eine leidenschaft und keine sucht und ich möchte ja wie gesagt auch noch sagen es es ist einfach mal wirklich darüber nachzudenken auch und so vielleicht mache ich ja auch irgendwann mal retro produkte also retro videos es wird spaß machen glaubt mir und ihr könnt euch dann wie gesagt freuen wenn ich dann das gerät habe dann vergleichen wir es einmal mit dem galaxy a02s und mit dem galaxy a 22 5 g in diesem sinne sei noch gesagt dass ich zwar das unboxing video vorher mache aber das video kommt erst nach den semesterferien also da braucht ihr dann nicht böse auf mich sein weil es ist einfach so und ich kann auch nichts machen es wird sich auszahlen das unboxing video und so gegen mitte ende februar wäre ich den vergleich video auch machen und in diesem sinne wünsche ich noch ein paar schöne tage und auch schöne semesterferien an schüler und schülerinnen